Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Staubmanns Grab Krypta mal gucken und denke mal das dürfte auch relativ gut funktionieren ist eine ziemlich lange Quest hier unten muss man sich ganz schön anstrengen es ist so warm circa so, geht weiter oh nein ich dachte ich wurde gerade gesehen ja stimmt es also doch haha wie ging das denn bitte Moment ah, da unten sind sie die laufen, kämpfen anscheinend gegen andere gegen andere Skelette oder so und Spaß einfach mal gucken Speicher geht weiter oh nein bitte nicht in dem Käfig ja klar mir wurden entdeckt ist ja klar wieso werde ich bitte gesehen ich habe keinen Kerzenschein an kein Garn-Air-Po gut alle möglichen Krankheiten sind weg das ist toll und ja gut ich will jetzt mal kurz gucken was ich hier mit dem Punkt alles machen kann ah, ja genau was mache ich jetzt damit nochmal Magika oder Gesundheit eigentlich könnte ich jetzt ges- okay, mach mal halt mal Gesundheit ich gucke mal kurz was alles meine Magika verbessert von, äh, Eigenschaften Moment super nahe blaa Magika verstärken hier haben wir ihn und zwar um 62 äh, ich brauche also noch einmal Magika einen Punkt und dann bin ich bei 500 gut beim nächsten Level kommt bei Magika noch eins hin ja darum ging es aber jetzt nicht es ging mir um diesen Fähigkeitspunkt und der Fähigkeitspunkt wo ist er denn ja damit ich Zerstörungszauber auf höchstem Niveau billig wirken kann kann ich noch nicht super und wenn ich das dann halt so habe dann habe ich sowieso noch einen zweiten Punkt von daher ist das jetzt sehr interessant äh Alchemie auf 85 brauchen wir 90 ja brauchen wir 90 wundervoll auch nicht gut wo könnten wir denn mal noch Ah Illusionszauber vielleicht Novize hier vielleicht ne Moment All Illusion Spells work on higher level people das ist echt nett aber nein Fear, rage, quiet all spells you cast from any school of magic are silent to others ich hoffe das stimmt wirklich from any school of magic hmm vielleicht funktioniert es ja wir werden nicht gesehen ok was noch was ist gerade mit Fahrgast passiert wurde einfach so nach hinten gezogen ah da kämpft man wieder gegen alle dass der auch immer alles alleine machen muss so komm los die kriegt man ist irgendwie geil dass mich niemand mitkriegt oh ein Trauger oh oh ah nicht schlagen oh geil oh 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 entweder stepp oh Moment wiederhersteller ich lebe noch ich kriege die Krise gut das war es nicht ich brauche verbrennen nimm das und du auch immer noch ja oh oh wo ist ein Fahrgast oh oh ok gut ich glaube ich muss jetzt ein bisschen cheaten weil sonst killt er mich noch wo bist du unerbittliche gemacht hier schrei schrei oh oh der hat mich gekillmooved was Cheater und kurz davor hatte ich noch irgendwas verbessert total mies also nochmal Varkas oh Moment so gut dann machen wir halt jetzt diesen Magiker Punkt braucht man ihn mir später nicht mehr zu machen ja und irgendwie funktioniert das mit dem Schleich nicht apropos Schleich du bist beim Schleichen 20% Sperre zu entdecken hmm hmm naja naja von Armour reduz 50% U-Bone-Trigger Plates by sneaking ok walking-running does not affect detection sehr schön crouching stops combat for a moment heimlichkeit beim Schleichen 20% Aber nur beim Schleichen und vor allen Dingen Sprinten und Dings, naja Gott, ich muss mal gucken, wie ich das noch mache. Wäre man jetzt immer einen Punkt vertun? Ich weiß jetzt nicht, weil das hat nicht so viel gebracht gerade. Healing Spells, Cure, so und so viel Prozent mehr, habe ich ja schon. Respeit Spells, Restore, Stamina, Spells are more efficient against dead. Das brauche ich auch nicht, nein. Restore, nein, nein. One to day, nein. Ja Gott, das ist halt... Irgendwann kriege ich die ganzen Punkte sowieso, aber das dauert. Oh, schwere Rüstung. Habe ich eigentlich auch nicht verbessert. Sehr interessant. Wäre ich demnächst noch machen müssen. Äh, Verzau... Ne, Verzauberung ist nicht das, was ich verbessern will. Veränderung vielleicht. Alternate Spells, Effect into even more powerful. Aha. Sagt mir aber dummerweise nichts. Is like stonefish at twice as strong? Nein. Stability, altering of greater duration? Brauche ich auch nicht. Das brauche ich halt nur irgendwie. Ich muss meine... Veränderungsskill irgendwie hochbekommen. Na gut, dann tun wir den Punkt halt gar nicht erst vergeben. Ha, welchen Spruch nehmen wir denn mal bitte mit rein? Moment. Äh, ich schreihe, haben wir noch Wirbelwindsprint drinne. Das ist toll, brauchen wir nichts ändern. Und, äh... Das war, glaube ich, Illusion. Genau. Raserei, greifen bis zur Stufe rein. Greifen Sekunden lang jeden in der Nähe an. Okay, nehmen wir den. Wir wollen hier mal ein bisschen cheaten. Aber nur so ein bisschen. Der macht Kampfrollen! Wie geil ist das denn? Das ist zu mächtig für Raserei. Was? So. Ey, ich check die nicht. Gut. Also Raserei funktioniert irgendwie nicht. Ah. Besänftigen. Ehrling, Novize. Anscheinend bin ich noch nicht so gut in... ...dieser Form hier. Ich muss mehr Hellsehen benutzen. Muss ich wirklich machen. Und Lautwürdigkeit. Muss ich wirklich. Gut. Also. So. Wir nehmen... Flammenwand. Genau. Nehmen wir Flammenwand. Das ist doch mal ein schöner Spruch. Experte. Und... Na gut, Expertenspruch haben wir ja schon drinne. Und theoretisch mache ich ja auch mit Flammen mehr Schaden. Ja. Und los. Geht's. Wow. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, fuck ey. Ich will nicht sterben. Das gibt's einfach nicht. Die machen so derbe viel Schaden an ihm. Das ist einfach nur unmöglich. Okay. Und nochmal, was so schön war. Gegen eine Horde mit Typen mit Schwertern ist es doch fast unmöglich anzukommen. Na gut. Ich hab noch 20 Punkte, die ich vergeben kann. Das wird echt... Das wird eng. Ja, genau. Und das, was man oben links gerade sieht, war ein Mod, mit dem man seine Punkte resetten kann. Der aber, glaube ich, jetzt nicht funktioniert. Oder doch? Keine Ahnung. Ihr macht mich. Egal. Äh, wir nehmen. Ach, Flammexplosion. Komm, wo ist es denn? Ne, Feuerball hieß es. Hat immer bis jetzt am besten funktioniert. Ich hoffe, Forka ist verreckt nicht dabei. So, komm. Wer will nochmal? Uh! Die hab ich ganz ignoriert. Du auch. I'm gonna get you, baby. So wird's gemacht. Na gut, ich muss ein bisschen aufpassen. Das Forka ist nicht ausgesehen, stirbt. Das mag ich nämlich eigentlich nicht, wenn man hier mit AOE-Zaubern um sich schmeißt. Und dann steht auf einmal jemand drin, den man angreifen kann. Das müsste man wirklich machen, dass man sein... Genau, ich suche nach einem Mod, bei dem man seinen Gefährten nicht killen kann. Damit Friendly Fire aus ist. Weil das ist doch echt beschissen. Äh, so. Da darf man eben nicht so aggressiv spielen, wie ich das normalerweise immer mache. Eigentlich müsste ich doch bald mal wieder einen Punkt in Zerstörung haben. Theoretisch. Moment. Wo ist Zerstörung? Auf 85. Na gut. Und das Krasseste ist wirklich, dass dieser Feuerball mehr Schaden macht, als alles andere. Nicht verwunderlich. Bäm. Tut mir leid. Und versehen. Das ist einfach nur mies. Also. Ähm. Hier ist Lautlosigkeit. Jawohl. Das hier ist Veränderung. Das wollte ich eigentlich verbessern. Von daher Leben entdecken. So. Okay. Bis kein Wanner mehr da ist. Hatten wir den schon? Ja, den hatten wir schon. Gut. Und speichern. Weil wir uns endlich tot haben. Ah. Eine Horte von Typen mit Schwertern. Einfach nur schlimm. Habe ich eigentlich irgendwas auf der Karte nicht entdeckt? Gah. Gut. Geradeaus geht's dann weiter. Und Pilze. Und hier geht's anscheinend. Irgendwie nach oben. Ah. Eine Urne. Ja. Genau. Wegen 7 Gold. Dieser Aufwand. Könnte man sich eigentlich auch sparen. Ui. Moment mal. Wie viel habe ich jetzt in Veränderung? Verstörung. Blablabla. 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 Hier. Veränderung. Bis beim Äh. Und jetzt ist es. Immer noch dort. Na gut. Das kann ewig dauern. Puh. Was gibt's eigentlich noch so? Das wollte ich nicht. Nee. Ich wollte hier gucken. Magelich. Blablabla. Telekinese. Genau. Das bringt's. Aber das ist auch Adept. Eben erzauert. Eben erzauert. Das bringt's uns. Okay. Jetzt dürfte mir extremst viele Punkte bekommen. Immer noch nicht. Ich check's grad echt nicht. Aber gut. Dann halt nicht. Hier geht's tief runter. Ganz, 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 ganz tief. So. Dann macht das mit. Dann macht das auch mit. Und die leere Begräbnis. Nee. Die volle hier hinten noch. Ja. Die Droge hat noch Gold. Einbass im Jungsherzäck. Ja. Ja. Und so weiter. Und. Na, Depp. Schloss. War schon. Und eröffnet. Nee. Auch nicht. Ach, komm. Das hat hier ein bisschen zu sehr gewackelt. Irgendwie. Ah, genau. So. Auch nicht. Ah, es ist offen. Wegen sieben Gold. Können sich ruhig mal ein bisschen mehr da reinhauen hier. Oh, nochmal ein Adapten-Schloss. Hm. Einfach offen. Einfach so. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Einfach mit. Nein. Frostsalz. Nehmen wir mit. Und Eisgeistzähne. Das sollte ich auch noch mit zu irgendwas. Ja, aber ich hätte gucken sollen jetzt. In der Zwischenzeit. Als ich die neue Aufnahme gestartet habe. Aber nein. Ich hab's ja wieder einmal nicht gemacht. Schönen Dank. Schleichen. Hm. Moment.